Mein Name ist Martin Ehrlinger. Meiner auch. Ich mache Kommunikationstraining für Führungskräfte. Und ich Krisenintervention beim Arbeiter-Samariter-Bund. Puh, das ist aber nicht ohne. Stimmt. Du musst sehr einfühlsam sein und dich auf die Menschen einlassen können. Aber du als Coach doch auch. Stimmt. Empathisch sind sie beide. Und für unsere Firma ist Martins ehrenamtliche Arbeit ein großer Gewinn. Ehrenamt und Beruf. Doppelt engagiert. Doppelt wertvoll. Erfahren Sie mehr auf doppelt-engagiert.de